Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Angezeugt. Wir spielen hier gerade Sanrio World Smashball auf dem Super Nintendo und ich habe keine Ahnung, was uns nicht erwartet. Das sind auf jeden Fall Viechter zu sehen. Die schon sehr weit zurückgehen in der Geschichte. Das Spiel ist von 1993 selber, übersetzt vom Special Man. Und mit als Kommentator ist wieder Mitarbeiter Kill Bill. Hallo. Ein sehr lustiges Spiel. Kennst du das Spiel schon? Ich kenne es ja. Ach, das ist dieses, das ist wie Airhockey. Oh ja, da habe ich mal ein bisschen zugeguckt. Das sah echt witzig aus, das Spiel. Ach, das ist dieses Hello Kitty Spiel auch noch. Ja, okay. Geil. Ja, genau. Mit dem spielen wir hier? Ne, ne. Ja, mit dem Frosch. Wann ist ein Fisch? Ja, okay, dann sind wir halt. Wir sind jetzt ein Fisch. Ein Fisch. Stage 1. Okay, okay, okay. Ich muss jetzt erst mal drauf klarkommen. Oh. Ich kann nicht schräg laufen. Ich kann nicht schräg laufen. Warte mal. Nein, kannst du nicht. Kann man in dem Spiel echt nicht schräg laufen? Ne. Das kann ich mir nicht vorstellen. Echt nicht? Doch, vielleicht schon. Keine Ahnung. Aber es liegt dann an deiner Art, was du benutzt dort. Cool. Oh, ging ja einfach. Ja, warte mal. Ich könnte mal meinen Input ändern. We have one. Haha. Du warf, Frosch. Nein. Das ist sowas wie Pong 2.0. Das ist irgendwie voll cool. Yeah. Hello Kitty ist übrigens keine Katze, sondern ein Mädchen. Hä? Ja. Sagt zumindest die Hallo-Kätzchen-Form. Ey, der hat ein Update. Ein Upgrade. Mann. Arsch. Der läuft nicht mehr nach hinten. Ich brauche besser noch einen Controller. Nein. Das ist Tora. Ja. 3.0, du. Du Hure. Du Tier. Du Frosch. Du Frosch. Du kleiner Frosch. Cool. Angiodonzi. Jetzt muss ich gegen den Mensch kämpfen. Unglaublich. Nein. Das ist noch keine Minderung. Tatsache. Oh, das ist jetzt. Nein. Warum geht das automatisch zu mir und dann noch irgendwo, wo ich nicht hinladen kann? Wow. Der ist schon härter. Der ist schon viel härter. Ah. Nein. Nein. Nein, du Looster. Ich bin voll der Lüge. Wie du guckst, Alter. Geil, Lomat. Die Fresse von dir. Dein Kontrollhaus echter mal. Ich, ja, irgendwie schon, ne? Nimmst du auch noch die Playstation? Also, PSP? Was, PSP? Nein, nein. Schon lange nicht. So, warte mal. Ah, jetzt. Oh, dafür brauchst du echt einen coolen Skill. So, guck mal. Pass schon. Oh, nein. Na. Nein. Ich muss weiter hinten bleiben. Nicht nach vorne gehen. Nicht nach vorne gehen. Einfach nur nach unten bleiben. Nein. 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 Ach, verdammt. Verdammt. Scheißhund. Du musst besser werden. Da hat schon zwei Punkte. Du, du. Vielleicht mal. Ach so, der wird da so angeschnipselt. Du wirst doch wohl mal das Punkt 2.0 hier schaffen. Ich wollte gerade fragen, ob ich auch noch mitspielen darf. Das kann man zu zweit zocken. Das wäre ja auch doof, wenn man das nicht zu zweit spielen könnte. Ist doch irgendwie voll witzig. Oh, komm ey. Jetzt muss ich doch mal mal. Alter. Los. Bamm, Junge. Bamm. Ja. Tor. Tor. Wow. Kann ich ja irgendwie noch super so extra special zünden oder so? Ne, ne? Leicht. Doch, doch. Man kriegt ja so extra. Man muss aber im Hintergrund hier das auftauchen. Ach, ich kann links und rechts boxen. Was ja schon mal cool ist. Gibt's eben. Volle Kante, mein Freund. Da ich gegen welcher Fußballbrot in dir stecke. Und. Bah. Hab ihn gehalten. Echt? Gehalten? Ach so, hier. Höh. Hu, hu, hu. Alter. Jawohl. Ah, ey, das Spiel ist geil. Geil, Fels. Da machst du doch mal LP, wa? Oh, jetzt war die ganze Zeit meine Maus im Bild, aber egal. Tschakka. Fucka. Ding Dong. Ding Dong. Hab ich gemacht. Alter. Meine Stimme versagt. Nein. Dann nimm mein Weg blau. Nein. Oh, schade. Oh. Das war ihr wohl. Ja, ja, Special Man. Ein gutes Spiel übersetzt. Ja, das war bestimmt sehr schwierig. Total. Siegt's. Wow. Jetzt kommt kleiner Entwurs. Pass auf. Wie viele Level hat das Spiel? Nicht so viele. Es gibt nur die sechs Mann oder so. Sechs Level vielleicht. Dann Fallspiel. Ha. Jawohl, ey. Das war ja mal easy peasy, Junge. Ha, ha. Er hat kein Land gesehen. Aber gar kein Land. Ach, guck an. Ja, bei dir ist hinten aber auch frei, ne? Ja. Kein Ding, ja. Du hast irgendwas Special. Ja. Ich hab das, ich hab gerade, ich hab gerade gesehen, dass ich auch so eine Leist wieder Gegner habe. Wenn ich, wenn ich Schlagen gedrückt halte, dann lädt das auf. Oh. Ja. Easy peasy. Was für ein super Move. Ich weiß ja aber nicht, wie man den entzündet. Das war ja voll der Loser jetzt hier. Fehltenfeier. Oh, jetzt kommt schon wieder der Frosch. Fisch vs. Frosch. Oh. Ne. Aber jetzt anders, Welt. Die Welt ist definitiv anders. Ach, da tust du länger schlagen. Hast du gesehen? Mhm. Da tust du wie bei Link. So ein Kreis rumschlagen. Oh, Lord. Da tust du voll ab, 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 ab smashen. Weiß auch nicht. So ein Smash-Brass. Was ist denn da für ein Smash? Smashen, smashen, smashen. Niemals. Niemals. Lade dich vernichten. Den zeigst du es aber schon ganz schön. Oh nein. Er kommt rein langsam. Nein. Ich habe ein Special verbraten. Nicht mit mir, mein Freund. Ah. Boah, so. Bam, bam, bam. Der war richtig hart. Der war richtig hart gegeben, hast du. Hey, mein Special-Buster aufladen. Mein Special-Altich. Ach so. Man muss stehen bleiben, während das Special aufgeht. Alles klar. Das ist ja dann auch so. Na gut. Oh, oh. Aber der haut halt umso mehr rein, ne? Check mal, wie viele Levels der hier gibt. Wow. Level 5. Okay, ich mache den Level noch und dann reicht das erst mal für das Angezeugte. Aber das macht irgendwie bei mir auch Spaß. Warte, jetzt check mal, wie viele Levels es gibt. Nein, nein. Ich nehme mal so aus Spaß, damit die Leute auch noch was wissen von dem Spiel. Oh, oh, oh. Scheiße. Es gibt auf jeden Fall ein Passwortsystem. Multiplayer gibt's. Die Durchschnitt kannst du dir anpassen. Und. Level. Wow. Gamefax hier. Es gibt. Gut, vier, gut, fünf, sechs, zehn, zwölf, achtzehn, zwanzig, vierzehn, dreißig Welten. Wie bitte? Dreißig Welten. Dreißig Welten. Wow, das ist viel. Weißig Welten, ja. Und es wird auch immer schwieriger. Also die Welt werden immer angepasster. Hm. Weißig Welten. Welche Welt bist du? Weiß ich nicht. Welt 5 oder so oder 6. Wow, Tor. Nein, du wirst weiter. Du wirst definitiv weiter. Geilumat. Das Special sich dabei wohl gedacht hat. Die Seite kickt aber auch schon ganz schön, ne? Wilder? Nein, ehrlich, die tun auch schon ganz schön drauf drücken. Hm. Also die werden bei der Zeit tatsächlich auch schwerer. Okay, das war's jetzt erst mal mit dem angezockt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich hab euch ein bisschen Hunger auf das Spiel gemacht. Wie gesagt, das heißt, äh... Ja, drück mal, wenn wir sehen, welches Level du brauchst. Ja. Will mal sehen. Drück mal. Doch, das war das fünfte Level. Echt? Okay, 30 Levels gibt's wie gesagt. Okay, alles klar. Also Leute, äh, vielen Dank fürs Zuschauen. Die deutsche Übersetzung gibt's. Wie bitte? Und ein rechtes Passwort. Achso, das ist das Passwort dazu. Ja, genau. Achso, okay. Ja, ähm, die deutsche Übersetzung dazu. Den Patch findet ihr bei den SNS Projects in der Download-Datenbank. Es war mir eine Ehre, das euch vorspielen zu dürfen. Ist ein spaßiges Spiel, kann ich nur empfehlen. Äh, auch gerne mal eine Runde gegen die Freundin, damit die auch mal verlieren kann. Weil immer, wenn du mit deiner Freundin spielst, dann gewinnen die ja meistens, ja. Ja, genau. Und die kann ja auch die Katze nehmen. Ja, kannst doch bitte, kannst doch deine Katze und den Controller geben, dann spielt die auch mit dir. Nee, die Hello Kitty meine ich. Achso. Okay, jetzt hab ich das erst mal verstanden. Ja, Leute, also, ähm, dann bis zum nächsten Angezog. Macht's gut, bis dahin und ciao's. Und Grüße natürlich noch an Specialman. An Specialman. Für die tolle Übersetzung. Ciao. Tschüss.